Hier, erste Hilfe. Problem sind halt die Ärmöse auch. Drüben ist einer. Hier man, erste Hilfe. Soll ich deine Wunden versorgen? Für dich Kamerad, erste Hilfe. Da ist keiner mehr. Irgendwie habe ich gar keine... Beim Flammenwerper gerade gar nicht so diese... Diese Maske ist gar nicht aufhängig. Okay. Der kommt schon auf die Beine. Hier, erste Hilfe. Ja. Was? Ach come on, alter. Er chargt durch meinen Molli durch. I love it. Das kenn ich. Richtig lächerlich. Damit da noch so eine Nazi-fucking-avatar wird. Du dringst. Sorry. Pardon my language, guys. Ich bin hier drin. Das ist ja racist fucks. Ich bin hier ganz hinten, ganz alleine. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. In mir drin. Dort curse. Zitzen ich beantwik, dass du mich nicht verwalten kannst. das ist ein Sniper am Bunker das Ding knifet gut klar erklär mir das bitte wie erschießt er mich durch die Weckung alter willst du mich trollern das ist verbrechende ganz ehrlich der Typ ist doch nicht legit alter das geht einfach nicht no fucking way man how do you fucking do it seriously I was completely covered it's so weird he is the help he is the help he is the body thank you my friend Oh, weg hier, weg hier, aaaaaaauuuu Da war nämlich diese, vor allem in Artirie, diese Sprengstoff da gewesen, deswegen war die weg hier, weg hier Ach, Harpel-Teiligen, wir haben eine gute Idee Naja, ja, ich bin ja, ja, dran Benutz mal deine Granaten, ich hab keine Granaten, ich hab Rauchgranaten Au, Gas Oh Gott, Granaten Oh fuck Oh 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 fuck Ich war ganz alleine auf D, Alter Jesus Nee nee, ich mein lieber, äh, Rauchgranaten ist besser Weil dadurch kann ich mein Squad dann vernebeln und ja, klappt das besser Ich lock mich da halt nicht für praktisch, weil's in einem Bereich einfach zu stecken ist Schaden macht Ah 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 oh 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 oh... Ah, ich bin wieder down. Ich hoffe, die machen so einen cooldown rein, wisst ihr? Wenn man spawnt, dass man die nicht instant spawnen kann, diese Mercer. Haben sie genauso wie bei Battlefield 4 gemacht. Ich muss nicht mal 2 Schuss finden. Eigentlich reichen. 5 Schuss sind einfach auch schon zu viel. Zumal die das halt auch alle abusen irgendwie. He is dead. Minigun is dead. Rechts unten sind ganz viele. Ich krieg dich wieder hin! Bist du verletzt? Uh, der war schwiller. Der war noch schwiller. Ach, schwiller-schilde Granate. Da wird's mich verarschen. I love me slapping. Alter, weg hier. Ich liebe es. Hier! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Greif zu, Mann! Du bist verletzt, ich zieh mir davon. Alter! Ich fliege dich zusammen! Komm her! Du bist verletzt! Alter! Alter! Ich muss schon sagen, Alter. Ich revive den Typen und der rennt einfach weg. Ohne mich zu revivieren. Die gehen jetzt alle Richtung B. Okay. Nur in der Position links davon in der Gabelung. Alle durch. Ich geh aus, Mann! Ich geh aus, Mann! Ich geh aus, Mann! Einer ist durch. Nächster ist durch. Nächster ist durch. Dall! Wie der noch entkommen ist. Ernsthaft! Ich wei, die war schon gerade alle durch, aber... Bin aber auch gerade richtig lucky nochmal weggekommen. Scheiße. Links und rechts die Haken geschlagen. okay schießt mich dahin von hinten? i dont see no one vorsicht Das war wirklich schlecht für ihn. So bad. Boah, da war krass ein Flamethrower. Der wollte gerade da hoch gehen, hab ich krass gecharged, Alter. Target für ein Resupply? Immer wieder gerne. Da kommt einer, die kommen jetzt da hoch, in den Gang. Hä? Vorsicht bei Manila. Oh nein nein, oder irgendwas? Oh, B, 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 die, oh, oh, die kommen von hinten. Deckst du meinen Rücken ein bisschen, German, dann bleib ich hier vorne. Aber wir müssen E rotieren. Wir müssen auch A und B rotieren. Mhm. Links ist einer. Hast du den? Ja. Ach. Da ist noch einer. Wir haben eine Rauchkarnache, Vorsicht jetzt. Die Wien entfällt, ist schon auch sehr nice. Er hat halt echt einen guten Durchschlag und schießt halt relativ zügig. Zehn Munizur, also zehn Schüsse, das ist schon nicht wenig. Ich gehe direkt durch auf A. Ja, ich rotiere auf B. Erste Hilfe, greif zu! Erste Hilfe, nimm schon! Oh, ich muss meine Schwester abfahren, glaube ich. Nervt sie dich? Nehmen wir die Wunde mal an. B, H, sonst B. Ja, halt nicht, okay. Neue. 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 Au. Ich komme gerade über C. Fuck. Ah, wir müssen... Okay, doch, habt auch noch Zeit. Wieso? Ja, weil sie nur gefragt hat, ob ich noch munter bin. Ja. Fuck. Oh! What? Hier, er ist der Hilfe! Hinter mir! Granate! Oh! Oh! Bin eingekastelt, ja. Alles klar. Shotgun. Konnt ich ja nicht, weil vor dir Flamme, also... ...ne Flammengranate kam. Ja, scheiße. Au! Alter, die Shotgun! Übertrieben stark, oder? Der Lacka, Alter. Das ist mein Lucky Boy. Jetzt werd ich auch noch mit Medic spielen. Wechsel mal kurz auf Medic, Klairs. Pff. Da kommen ganz viele Zware hinten rum. Alter, schweiz, ganz viele. 6, 7 Leute. Oh, der Tadshot. Ach komm. Hm. SMLE von Labyrinth von Arabian, Alter. I'm done. Medic. Da, da, da. Da kommen die rein. Ähm. Ne, haben sie zugemacht. Aufspringen. Als Medic, glaub ne. Oh, warte mal. Hier oben ist doch die Big Gun. Warte mal, ich versuch mit der mal reinzuschießen. Schwein, hat der echt in den Zug gecampt, ey. So. Vielleicht kannst du ja mal hier eine T-Bel kriegen. Oh, jetzt müsste es auf sein. Ist offen. So. Jetzt sind die alle Türen offen. Echte Tür ist eine. Ach. Wieso? Kann ich? Ich. Achso, jetzt kann ich aufsteigen. Achso, jetzt kann ich aufsteigen. Die scheiß schweiz. Ja, die kämpfen sich da in den Zug ein. Achso, ne Kacke. Was ist denn mit dem Tante? Der ist aber schon lange weg jetzt. Vielleicht ist er schon eingeschlafen. Glaube ich nicht. Ok, noch ein Anruf. Naja. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich durchbar bin. Oh, Mann. Oh. Das war's. Ciao. Naja. Tschüss. Ich bin dran.